Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Süß und Salzig-Podcast mit dem lieben Alex. Hey, hallo. Hallo. Oh, hey. Krassen Energieschub habe ich mir gerade hier reingetan. Ja? Ja, an sich fühle ich mich eigentlich wie so ein fast leerer Schlaffer-Akku. Wie so ein fast leeres Faultier. Richtig, richtig, richtig. Wie so ein Faultier, aber so eins, was einen richtig schlechten Tag hat und richtig müde ist. Ich habe letztens auch gelesen, Faultiere können ihren Herzschlag oder ihren Kreislauf so runterfahren irgendwie. Okay, dann bist du doch kein Faultier. Ja, pass auf, die können den runterfahren und es haben schon Faultiere geschafft, den so weit runterzufahren, dass die einfach gestorben sind. Ja, komm. Habe ich gelesen. Geschichten aus dem Paulaner Garten. Lesen auf Focus Online oder Stern oder was weiß ich. Ja, vertrau mir. Bild.de. Ja, und das ist seriös. Das ist die seriöse Pässe. Ach, ich glaube, ich frage dich einfach mal. Ich versuche einfach, ich versuche mal mit einer Frage reinzustarten. Kannst du mich immer fragen. Jonas, was gibt es Neues in der Welt der Aquaristik? Was hast du erlebt auf der Interzoo 2024? Was gibt es für neue Sensationen im feuchtfröhlichen Hobby demnächst? Was kommt auf uns zu? Frage ich mich, Jonas. Im Großen und Ganzen würde ich behaupten, nichts Neues. Ja. Das halte ich für ein Gerücht. Aber war jetzt nichts vor Ort, was neu war oder so? Nö. Waren alle wieder nur zum Saufen da, oder was? Ja, ich glaube schon. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nichts weltbewegend Neues gesehen. Tatsächlich nicht. Also es ist so, irgendwie vor ein paar Jahren hat man noch so, gerade mit LED und so, das Gefühl gehabt, da geht so richtig was, da tut sich was. Dann so Fließfilter oder irgendwelche neuen Abschäumer und so. Aber da. Fließfilter, meinen kann ich endlich in den Müll kloppen jetzt bald. Hast du neun, oder was? Bin ich froh. Ja, endlich ist wieder komplett hier der Motor kaputt. Ja. Und ich habe jetzt endlich einen Red Sea bestellt. Sehr gut. Bin ich ja mal gespannt, ob das sich gelohnt hat. Bin ich auch gespannt. Ich habe den Mitte nächst, letzter Woche bestellt. Ja. Und der Auftrag ist immer noch in Bearbeitung. Ah ja, läuft. Es passiert nichts. Man weiß es nicht. Diese Aquaristik-Online-Stores immer. Ja, das ist aber so das Gefühl, was auch einem die Interzoo ungefähr gibt, wenn man so sich die Aquarienstände anguckt. Es ist... Ein aussterbender Markt, oder? Ja. Also ich weiß, das ist ein bisschen schwierig. Ja. Also wenn Sie mich so fragen, muss ich sagen, ja. Eigentlich will ich es nicht sagen, aber wenn ich ehrlich bin, ja. Was halt auffällt ist, ja, dass wenn man auf so einen Stand drauf geht, es Stände gibt mit jungen Leuten, die ambitioniert auf einen zugehen. Ich rede jetzt gar nicht spezifisch von Firmen oder so, aber es gibt junge, frische Leute, die anscheinend irgendwie... Gen Z nennt man das. Wie nennt man die? Die Gen Z. Die Gen Z, genau. Die entweder Bock auf Aquaristik haben oder Bock auf ihren Job da gerade haben oder so tun, als hätten sie Bock auf ihren Job. Aber es gibt auch genau das Gegenteil und daraus besteht gerade gefühlt, zumindest bei den größeren Firmen, der Großteil der Leute, die da rumhängen, die in so einem Anzug da rumsitzen und sich einfach einen Scheiß für dich interessieren und wahrscheinlich nur interessiert an Zahlen sind. Wo kommt jetzt irgendjemand von einer großen Kette und kauft mir 93 Paletten Ware X ab? Schon wieder die Paletten. Die armen Paletten, dabei sollen die doch nicht mehr verkauft werden. Die sollen gar nicht mehr verkauft werden, die Paletten. Aber du kannst dir das ungefähr vorstellen, oder? Es gibt dann so, ja, es gibt irgendwie Leute, die haben Bock auf Aquaristik und andere Leute, die einfach nur Bock haben, irgendwelche Zahlen durch die Gegend zu werfen oder Handel zu betreiben mit irgendwelchen Waren, die die gar nicht selber kennen. So kommt mir das zumindest vor, wenn ich da rumlaufe. Ja, ich glaube, wenn du in einem größeren Unternehmen arbeitest, mit mehreren Mitarbeitern, sind verschiedene Leute für verschiedene Sachen zuständig. Und ich glaube nicht, dass selbst bis zum Buchhalter dann der letzte mega Meerwasser- oder Süßwasser-Enthusiast ist. Du hast natürlich auch Leute da sitzen, die einfach nur für die Zahlen zuständig sind und vielleicht nicht 100% im Hobby drin sind, oder? Gibt's das nicht immer? Ist das nicht normal? Das ist bestimmt normal, aber man merkt zumindest den Unterschied bei den Firmen dann selber einfach. Also du meinst, es gibt Firmen, da ist das krasser und es gibt Firmen, da ist es weniger krass mit den Leuten, die nicht im Hobby drin sind, meinst du? Wie so träge Dinosaurier sind die Firmen dann. Ich dachte, das sind aber tatsächlich so die meisten, ehrlich gesagt, in der Aquaristik. Naja gut, aber du hast ja viele Firmen, die dann auch vielleicht Inhaber geführt sind, die sind ja auch gar nicht so klein. Nehmen wir mal Nuors zum Beispiel, nehmen wir Fauna Marien, nehmen wir... Gut, dann haben wir jetzt zwei Firmen, die ich jetzt eher da rausnehmen würde, jetzt so vom Bauchgefühl. Ja, aber ich sag mal, selbst so bei Aquarforest oder so hast du super viele Leute auf dem Stand, die augenscheinlich jetzt, also ich hab mich jetzt nicht mit denen allen unterhalten, aber die waren da voll so im Game drin irgendwie und beraten und machen und tun und wie gesagt, bei anderen Ständen, da hast du halt irgendwie fünf Leute im Anzug an einem Tisch sitzen und keiner guckt dich an, wenn du da drauf gehst. Ja, aber wenn die doch die Zahlen so in die Höhe treiben wollen, dann müssten die eigentlich zu dir kommen. Ja, aber die kennen mich ja gar nicht, was ja nicht schlimm ist, also ich erwarte ja nicht, dass man mich kennt, aber naja, es ist eine komische Stimmung teilweise, finde ich, ganz seltsam. Aber das ist, war das jemals anders? Ich weiß nicht, ich bin ja erst seit, weiß ich nicht, vier, fünf, fünf Jahren oder so bin ich ja erst dabei, so richtig so, also im Meerwasser-Game zumindest. Süßwasser hab ich ehrlich gesagt einfach mein Ding gemacht, aber war jetzt nicht so intuit, dass ich jetzt irgendwie auf Messen oder so unterwegs war, aber seitdem ich auch, also klar, Interzoo war ich auch mal, aber ich war da einfach noch nicht so sehr drin, das war bei mir immer sehr oberflächlich und jetzt mit Meerwasser bin ich jetzt schon relativ tief reingekommen und man kennt mittlerweile viel und so und sowohl von den Firmen als auch von teilweise Leuten dahinter und wie die zueinander stehen und sowas halt irgendwie alles und dann fällt einem halt erstmal auf, dass das weniger oft ein Miteinander ist leider, sondern oft ein Gegeneinander. Ja gut, aber das ist ja normal. Und das auch relativ, ja weiß ich nicht. Ja doch, du hast eine ganz kleine Zielgruppe, wirklich einen ganz kleinen Markt und hast relativ viele Firmen mit relativ identischen Produkten. Ja, weil es auch nicht so viel dann gibt, ja. Ja, so und was willst du denn da miteinander arbeiten, jetzt mal ganz im Ernst, also, dass die Firma, oh, da muss ich übrigens noch einen Knaller gleich erzählen, dass die Firma deiner, der Osmoseanlage deiner Wahl. Oh, die haben eine neue auf dem Markt gebracht, hast du gesehen? Alter, ja natürlich. Junge, geil. Geil. Wer soll das denn noch filtern, bitte? 3.200 Liter am Tag. 3.800. 3.800. 3.800 sogar, krank. Jawohl, natürlich. Das ist schon heftig. Ja, da wird mit einem 90 Liter Harzturm geliefert, den keiner überlegen kann. Ich habe mittlerweile tatsächlich meine 8 Liter hintergehangen. Ja gut, dann kannst du demnächst 16 dahinter scheinen. Also, das ist auch irgendwie, das war so passend irgendwie, irgendwer sagte mir direkt, also ich muss dazu sagen, Tobi hat gemerkt, dass der Kaffee bei AK der Beste war. Die hatten nämlich so eine Ape 50 da stehen, so als Kaffeemaschine quasi. Habe ich bei Robert Bauer tatsächlich im Video gesehen. Ja, genau. Also Tobi sagte das auch. Da ging es überall um den Kaffee. Ja, ich habe aber gedacht, eher verreckig, als diesen Kaffee zu trinken und habe mich mit einer Cola daneben gestellt. Gott. Aua. Was denn? Ja. Boah, jetzt bin ich aber rot geworden hier, glaube ich. Ja, aber das ist ja, irgendjemand sagte dann direkt, guck mal, was die haben, eine neue Osmoseanlage, passt ja zu eurem Thema. Habe ich gesagt, ja, passt wunderbar, wie die Faust aufs Auge. Ja. Ja gut, die sind ja auch, haben ja auch selber da, ich habe es bei Robert gesehen, im Video, die sind ja nicht nur für den aquaristischen Markt anscheinend am Start, sondern auch viele, die wirklich zu Hause ihr Wasser filtern wollen. Ja. Und da ist das ja ziemlich geil. Da muss es auch schnell gehen. Für Süßwasser passt das ja auch, ne? Also wenn du zum Beispiel für Süßwasser auf dem Markt musst. Würdest du sagen, das ist die beste Anlage dann jetzt für Süßwasser auf dem Markt? Nee, würde ich nicht sagen. Also mich haben unheimlich viele Nachrichten erreicht zu dem Thema auch. Okay. Und an der Stelle muss ich auch sagen, jetzt bin ich auch raus. Könnt ihr einfach alle mal euer Maul halten, auf die Scheiße habe ich gar keinen Bock. Nee. An der Stelle muss ich auch mal sagen, ich habe alles geblockt, ihr könnt mir nicht mehr schreiben, es ist ja dann, ich folge euch, mir reicht das, ich kann die Scheiße nicht mir selber geschrieben. Ich würde fast sagen, dass das 50-50 war. Ah, okay. Und was haben die Leute dann geschrieben? Ja, finden wir auch blöd, dass so eine Anlage dann nur so einen kleinen Silikatfilter hat oder so, dass die das so verkaufen als ob... Nee, waren tatsächlich viele dabei, die sagten, die haben das so eingebaut und ihr Becken mit Schrott befüllt, mit Schrottwasser, ja. Nee, ansonsten Interzoo sehr wenig Aquarien tatsächlich, ganz wenig. Oh, aber dann vielleicht auch wenig Fische, das finde ich ja schon mal gut. Ja, wobei haben wir ja auch alle, denke ich, gesehen, also war ja mehr als ausreichend gezeigt vom New Wave, das Becken, ne, da ja ein relativ großer Kugelfisch drin. Das war ja so das meistgezeigte Becken eigentlich, ein sehr schönes Süßwasserbecken. Ich habe tatsächlich so gut wie gar nichts gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber das wirst du doch wohl gesehen haben. Nee, habe ich tatsächlich nicht, nee. Warst du seit anderthalb Wochen nicht mehr bei Instagram, oder? Doch, aber ich bin tatsächlich nicht so doll gerade in Meerwasser-Social-Media drin und so. Okay. Ja, müsste ich jetzt mal parallel tatsächlich aufmachen. Ja. Also das war dann so ein bisschen Streitthema großer Kugelfisch auf einer Messe und so. Genau, das war so, wo man gesagt hat, hey, richtig geiles Becken, aber das hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Ich glaube, das ist auch oft genug geäußert worden, aber gut, ist, ist, wie es ist, war halt da. Ansonsten habe ich noch irgendwie ein Becken mit Keu gesehen, relativ großen, fand ich jetzt auch irgendwie überflüssig, weiß ich nicht. Ansonsten war nicht viel, also ein paar Becken, die irgendwo eingerichtet rumstanden, Süßwasserbecken. Aber dieses Kugelfischbecken war nicht das riesen Süßwasserbecken? Doch, doch, klar. Ah, okay, das habe ich gesehen, ich habe nur keinen Kugelfisch da drin gesehen, okay. Aber das habe ich immer so aus dem Augenblick gesehen. So einen richtig fetten wie bei Thomas, weißt du, mit so einem Schleierschwanz. Ah, ja, ja, jetzt sehe ich ihn gerade, okay, okay, ja. Ja, gut, der lutschte da so die Scheibe ab. Ich weiß jetzt nicht. Ja, okay. Kann ich jetzt auch nicht beurteilen, ob es dem da jetzt gut ging oder nicht. Ähm, ich würde es nicht unbedingt machen. Hätte man sich theoretisch sparen können, hätte es nicht gebraucht, aber jetzt wurde es so oft geteilt, man stellt sich die Frage, wäre es auch so oft geteilt worden, wenn da nicht der riesen Kugelfisch da drin gewesen wäre? Ja, ich glaube schon, weil das einfach imposant war, so das gesamte Kunstwerk, sage ich mal. War eine coole Rückwand irgendwie, also für so einen Anlass auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ja, war schön. Also das Becken war sehr, sehr schön, muss man sagen. Also das Highlight auch eigentlich da. Was aber wiederum sagt, also sagten viele auch, wenn ein Süßwasserbecken das Highlight der Messe ist, dann, äh. Boah, das ist ja sozial, finde ich gar nicht. Also, das stimmt gar nicht. Als ich da war vor ein paar Jahren, da fand ich auch ein Süßwasserbecken mega krass, aber da war auch dieses riesen De Jong-Becken, ja. Ja, genau. Das war direkt daneben, das stimmt, das war natürlich schon krasser, vor allen Dingen, wenn man dann so weiß, was das kostet und sowas alles. Aber da war auch ein mega schönes Süßwasserbecken daneben, ja. Da warst recht, ja. Das war ein größeres Thema. Genau, De Jong hatte irgendwie eine kleine Fischanlage dabei, die komplett mit Nachzuchten bestückt war. Ah, das war das Thema, ja. Cool. Biota war ja irgendwie auch irgendwie, hat da ihre eigenen Nachzuchten ausgestellt. Hatte das was mit De Jong auch zu tun? Da, wo die gelben Docks herkamen, die... Ja, genau, ja, ja. Ja, die waren, glaube ich, von Biota dann. Ich weiß nicht, wie die Firma hieß, aber ich glaube, ja. Aus Palau sind die dann, glaube ich. Also, die sind nicht von De Jong, glaube ich, selber. Nee, nee, genau, die hatten auch, ähm, hatten auch Zugekaufte dabei. Ja. Boah, das hört sich bis jetzt so richtig, richtig laut. langweilig an. Also, ich sag mal so, wenn ich nicht... Ich wünschte, es kommt irgendwas, aber das Thema war einfach sofort wieder die Osmoseanlage und dann geht's um ein Becken mit einem Kugelfisch. Ja. Ich will ganz ehrlich sein, wenn ich nicht vorher schon Termine mit Leuten gemacht hätte, um so ein bisschen, ähm, ja, auch mal Leute wieder zu treffen und mit denen zu sprechen, die ich lange, lange nicht gesehen habe, dann, äh, boah, weiß ich nicht, wäre ich extrem gefrustet wieder gefahren, glaube ich. Okay, das heißt, es ist für mich ganz gut, dass ich nicht die Reise angetreten bin. Ähm, wie hättest du dir denn so eine Messe richtig cool vorgestellt? Jetzt, wenn man so sagt, nee, es war richtig kacke, das ist ja wie die Leute, die damals zu dir in den Laden kamen und gesagt haben, ja, wann gibt's denn mal wieder was Neues? So gehst du auf die Interzoo und denkst dir, ja, hör mal, wann gibt's denn hier wieder was Neues? Ist alles die gleiche Scheiße? Ja, als allererstes muss ich sagen, fände ich es am coolsten. Du musst es ganz ehrlich sagen. Muss ich ganz ehrlich sagen, am Ende des Tages fände ich es am coolsten, wenn erstmal die, aber das sagt ja auch jeder seit Jahren immer wieder, wenn einfach die ganze Aquaristik mal zusammengelegt werden würde, weil das ist halt überall verstreut. Ja, du läufst teilweise, kriegst du irgendwelche Stände gar nicht mit, weil dann so ein Stand in Halle 10 oder so ist. Die freuen sich dann auch. Ja, die freuen sich richtig, ja, ja, und du hattest halt irgendwie 4a, da sind wir auch reingekommen, da war halt direkt irgendwie Aqua Forest, Fauna Marien, dahinter war dann New Wave und der Tobi hat ja seinen Stand mit, also Tandes Media, Tobias Neier hat seinen Stand mit bei New Wave drauf gehabt, ja und da war halt so ein bisschen. Was hat der denn für einen Stand, was macht man denn an Tobis Stelle für einen Stand? Ja, der macht ja Social Media Marketing, Video technisch, ne? Ja, und dann hat der dann Fernseher da gehabt mit seinem Content, der dann drauf lief. Der hat ein Handy an die Wand gehangen, also ein viel zu klein Fernseher. Mit so einem kleinen Clip. Mit so, genau. Laptop aufgeklappt und ein Stuhl, ein Tisch. Nee, der war halt so ein Zusammenschluss quasi, ne? Die haben sich den geteilt und mehr oder weniger. Das wäre halt cooler, wenn das alles so auf einmal wäre, ne? Wenn das alles konzentriert wäre. Und was müssen die Stände machen? Das ist jetzt ja eher so die Organisation wahrscheinlich von der, ja die Organisation halt der Messe. Und was machen die, können die Stände besser machen? Ja, ich fände, ähm, ja wie soll man das sagen? Klar, einfach nur Produkte hinstellen alleine ist natürlich ein bisschen schwierig. Aber ich habe zum Beispiel gesehen, äh, bei Silber. Das, ja, fände ich aber jetzt erstmal geil. Also, wenn jetzt, keine Ahnung, da ist jetzt, ähm, ähm, äh, wie heißt das? Nicht Aqua Forest, sondern die anderen Polen, Reefactory oder so. Wenn die dann mehrere Becken hätten und dann die Fließfilter in Aktion wären und die Rückförderpumpe und man könnte da so ein bisschen dann umspielen. Das ist natürlich wichtig, also wenn das nur so trocken irgendwo im Regal steht, dann bringt das ja nicht viel, ne? Das ist stimmt. Genau, das fände ich cool, aber das war nicht so, ja? Also deren Technik war nicht im Einsatz oder so. Reefactory hat gar keinen Stand gehabt. Ach, die haben gar keinen Stand gehabt, okay. Weil die hätten ja total viel gehabt. Da hätte dann der Computer hängen können, die Dosieranlagen hängen können. Das hätte irgendwie durchlaufen können. Man hätte das einfach mal so in Aktion gesehen. Was man halt immer, was mir immer wichtig ist, was man da nicht mitkriegt, ist so Lautstärke natürlich. Auf so einer Messung ist es einfach zu laut. Aber das so einfach mal die Qualität, wie es arbeitet, wie es funktioniert, in so einem Vorführungsmodus, weißt du? So richtiges SIF-Wasser da mal durchpressen. Was kommt wo durch? Wie läuft das ab? Wie rollt das nach? Und so. Das ist mal so eine Aktion. Das finde ich zum Beispiel super spannend. Ja, also es gab es auch früher zum Beispiel, Max Beck hatte mal, als sie diese Geierpumpen da rausgebracht haben. Da hatten die so ein Becken mit Bällchen, mit so Schwebenden. Genau, sowas ist auch cool. Das hat man halt ein bisschen mehr erlebt und sich auch irgendwie was angucken kann. Ich meine, bei Tunze, die hatten ein bisschen was aufgebaut. Die hatten zum Beispiel einen Lüfter. Tansi. Hansi. Tansi, ja. Tansi. Lüfter. Also Hansi. Tansi. Sagen die Amerikaner nicht manchmal wirklich sogar so Tansi oder so zu tunseln? Ja, kann sein, ja. Die hatten einen Lüfter für so kleinere Becken zum Runterkühlen und der konnte, also der kann komplett geflutet werden quasi. Also der kann aber wahrscheinlich ins Becken reinfallen und da passiert nichts. Den hatten sie mit so einer Pumpe einfach komplett mit Wasser berieselt die ganze Zeit und das Ding lief weiter. Wenn du sowas natürlich... Krass. Ja, das ist natürlich was Gutes. Oder eine Nachfüllanlage, die die ganze Zeit nachgefüllt hat, wo du die angucken konntest. Also das ist so ein bisschen, ne, ist ja für Kinder auch. Gehst du in ein Museum und da hängen nur tote Tiere an der Wand, ist ja irgendwie langweilig, ne? Ja. Sobald da irgendwas passiert und da bewegt sich was und da ist irgendwie ein bisschen Wasser oder so, guckst du hin. Und so müssten das wahrscheinlich einfach mehr Firmen. Ja, das ist immer erzählen kann jeder und so. Da steht dann drauf, hier ist das Allergeilste und weiß der Geier was, aber damit war jetzt nicht die Strömungspumpe gemeint. Aber wenn das dann mal so eine Aktion ist und so, dann kann man auch mal vergleichen. Was hab ich zu Hause? Wie funktioniert das? Was ist hier besser? Was ist schlechter? Und so. Das ist schon cool. Ja. Genau wie Lampen oder so, weißt du? Lampen mal in Action, mal nebeneinander und so. Aber das Geile wäre halt einfach. Das bringt ja dann auch was, weil das sind auch so Sachen, die sind schwer auch in Videoform zu vermitteln. Ja. Also wirklich das mal in echt zu sehen, ist einfach ein anderes Gefühl, ne? Genau. Genau wie jetzt bei Lampen zum Beispiel. Dann wäre es halt eigentlich geiler, wenn man dann die Stände so nebeneinander hätte, weil, ich sag mal. Kann man sich das mal direkt vergleichen. Genau, du guckst dir so die Lampe A an, ne? Und wenn du dann irgendwie fünf Minuten über die Messe gelaufen bist und guckst dann in Lampe B, dann hast du diesen Vergleich nicht mehr, ne? Aber wenn du so relativ nah nebeneinander sind, dann sieht man das vielleicht ein bisschen. Das wäre natürlich das Allerinteressante, wenn sich alle Hersteller fünf Becken teilen würden und es laufen alle Fließfilter, alle Lampen, alles parallel und dann wird hier noch der Paarwert gemessen, hier wird noch irgendwie Durchlaufmesser und so. Also, aber das willst du natürlich nicht als Hersteller, wenn du dann schlechter dastehst als die anderen. Ja, wir stellen übrigens auch hier unseren Fies. Ja, klar ist er beschissen als die anderen, aber der ist halt auch da. Die vier Hinden, ehrlich gesagt, die Farbwahl ist bei uns ein bisschen besser. Ja, und außerdem ist er ja auch in Zehnern günstiger als der, der halt richtig gut ist. Ja, will dann auch keiner halten, so im direkten Vergleich. Ja, wer ja auch, wenn dann irgendein chinesisches Hersteller da ist und am Ende sieht man, dass das Produkt von einem renommierten deutschen Hersteller das gleiche ist, nur eine andere was weiß ich, einen anderen Pumpenkopf drauf oder so. Ja. Da bin ich ja nochmal sehr gespannt auf meinen Fließfilter von Red Sea, ob man das jetzt braucht oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Ich sag ja nur, dass ich darauf gespannt bin. Der hat ja eine eigene App und so. Und in der App siehst du ja erstmal, wie oft nachgerollt ist, die Rolle nachgerollt. Und du kannst auch einstellen, wenn der Wasserstand erreicht ist, wie viel von der Rolle nachrollen soll und auch zu welchen Uhrzeiten. Also du kannst auch wirklich sagen, dass nachts immer nur wenig nachgerollt werden soll oder einmal viel oder wie auch immer oder vorher dann viel, sodass es in der Nacht vielleicht gar nicht mehr rollen muss oder je nachdem. Also da hat man auf jeden Fall Einstellungsmöglichkeiten. Und das finde ich ganz cool. Und auch der Rollenwechsel und so sieht ziemlich cool aus ohne Tackern und so weiter, dass du dann da wirklich das auseinanderbauen kannst modular. Und finde ich auch ganz cool, dass sie das, anstatt dass man das mit PVC direkt verrohrt, haben die ein flexibles Rohr dran. Ja, wobei das ist flexibel, das stimmt. Ich habe ja auch schon letztens mal einen eingebaut. Aber das nimmt sehr viel Platz in Anspruch. Also wenn du irgendwie ein enges Technikbecken hast oder so, dann nimmt der schon viel Platz in Anspruch. Aber das kannst du doch kürzen auch. Nee, weil das da so an der Seite so rausgeht. Und dann kannst du das ja nicht direkt knicken oder was. Also ich weiß nicht, ob es da noch andere Tools gibt, irgendwie einen Winkel oder sowas, den man da einbauen kann. Aber so wie ich das da in der Hand hatte, war es auf jeden Fall nicht so cool. Für meinen Einsatzwerk stelle ich mir das auf jeden Fall bei mir ziemlich cool vor. Du hast auch Platz. Ja. Ich habe auch Platz, ja. Ich habe ja das mit Jonas Stratmann, Aquarium-pflege.de das geplant. Und du hast Platz. Und der hat das relativ groß und minimalistisch geplant. Das heißt, man kann da eigentlich viel mit machen. Das stimmt. Weißt du, was mein Becken ist? Ein bisschen? Nee. Gelb. Was denn? Das Wasser. Wasser. Wasser, ein bisschen gelb. Du hast auch Zorn dran. Ozone. Ja, ich habe Ozone dran. Trotzdem irgendwie gelb. Habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Aber Wasser ist gelb. Was hast du gemacht? Trotz Ozone und Kohle. Keine Ahnung. Nichts Besonderes. Ist auch nicht. Das ist nicht so schön. Das ist jetzt auch nicht schlimm. Meine Korallen stehen immer noch richtig Bombe. Ja, von vorne würde ich das auch niemals sehen. Niemals. Also in deinem Becken würde ich es wahrscheinlich auch nicht sehen. Aber es sind wieder diese 3,70 Meter, die man da lang guckt. Und dann fängt es ab dem hinteren Drittel, fängt es dann halt an, erst gelb zu werden. 3,70 Meter. Ab der Hälfte. 3,70 Meter. Ey, dieses 65 klingt so blöd. 3,65 Meter. 3,65 Meter ist es ja auch vielleicht. Ich weiß es nicht. Dann sagt doch fast 4. Fast 4 Meter. Ja, hast recht. Scheiße, ey. Müssen wir nochmal neu machen. Sollen wir die Aufnahme heute nochmal neu starten? Fangen wir nochmal von vorne an. Das ist immer dick auftragen. Das ist wichtig. Ja, also grundsätzlich. Machen wir 3,60 Meter. Komm. 3,60 Meter sind es. Ich will ja nicht hier als Angeber rüberkommen. Ja, aber bei 5 rundet man schon auf. Du hast recht. Ja, scheiße. Ja, also Interzoo muss nicht. Ich hoffe dann eher, ich hatte auch mit den Kapauns gesprochen. Also von Nüos. Die haben ja die Reefmania. Und White Corals, ja. Und White Corals, genau. Die haben ja die Reefmania veranstaltet. White Corals. Corals. Oh Mann, ey. Ja, auf jeden Fall haben die Reefmania veranstaltet. Und ich hatte ganz kurz mit denen gesprochen. Es kann gut sein, dass ich dann auch einen Stand da mache. Ah. Was machst du dann? Gibt es dann bei dir auch was zum Anfassen? Nö, ich nehme mir eine Kiste Bier, setze mich da drauf und dann fange ich an. Machst du Podcast, Live-Podcast. Dann zeige ich, was ich kann. Genau, ich dachte, du kommst mit und wir machen einfach einen 3-Tage-Live-Podcast. Ja, das ist eine gute Idee. Oder? Das klingt gut. Wir können so eine Live-Schalte, einfach so einen Stream machen, wie man das früher gemacht hat. Können wir machen. Ja, gibt es ja da Internet. Also auf der Aqua Expo ist ja das Problem, da gibt es ja kein Internet. Sind die denn so weit, dass sie da auch wirklich funktionierendes Internet vor Ort haben? Aber der, also der Klot hat auf jeden Fall ein Live-Video gemacht von da aus. Das ist ja mit dem Handy. Das ist dann schon mal nicht schlecht. Das muss ja dann funktionieren. Dann könnten wir uns auch einfach da hinsetzen und die ganze Zeit Unterhaltung machen. Dann können die Leute, wie so ein Radio oder so, können die Leute. Ja, total. Dann müssen wir uns auch nicht mit den ganzen Leuten vor Ort irgendwie dann unterhalten, die irgendwie auf die Idee kommen, mit uns zu quatschen und uns mal irgendwie live anzusprechen. Da kann man immer so machen, so, pst, hey, hier wird aufgenommen. Ja, ist so. Kannst du bitte aufhören? Hallo, siehst du nicht, was wir aufnehmen? Seit drei Tagen am Stück. Nachts auch durch, aber wir berichten. Kann man durchquatschen? Nee, wir sind gleich fertig und dann kommen wir ab. Wir können dann live von der Party auch berichten und so. Das war ja gerade so ein YouTuber-Drama, ne? Ja. Es gab so ein YouTuber-Event und dann gab es von diesem Event noch eine After-Show-Party, aber das ist eine private Party gewesen von allen Leuten, die da gearbeitet haben, die halt vor der Kamera, hinter der Kamera, Management und so weiter und so fort. Und da war dann so ein Fotograf mit auf der Party. Der hat, der war nicht nur Fotograf, der hat auch Videos gedreht, der hat dann so Reels gedreht auch für den Club und hat dann die Influencer, auch Kollegen von mir, heimlich gefilmt. Oh. Und da wurde dann wirklich so ein Techtel-Mächtel mit dem Teleobjektiv quer durch die ganze Masse durch, wurde dann so Techtel-Mächtel gefilmt, was eigentlich gar nicht öffentlich war. Oh. Und dann ging das große Drama los. Kennst du die beiden? Hatte schon Paparazzi. Ich kenne die beiden, ja. Ich fand das nicht so geil. Hm. Wer war es denn? Ist doch eh draußen, oder nicht dann? Also, wenn ich, das Ding ist, wenn ich das jetzt sage, was bringt dir das, also du kennst die ja so. Ich kenne die, ich weiß ja die Influencer. Ich will es einfach nur für den Podcast sagen, wer das ist, sag den Leuten, wer das ist. Die, die die Leute kennen, die haben das sowieso mitbekommen und das bringt gar nichts, wenn ich jetzt die Namen nenne und die Leute dann dahin gehen und sich die angucken und eh keinen Bezug zu denen haben, das ist ja denen dann völlig wurscht. Ja gut, so Techtel-Mächtel in der Süßwasser- oder Meerwasser-Aquaristik gibt es, glaube ich nicht, oder? Gibt es da so Techtel-Mächtel? Mit Sicherheit. Was weiß ich, ob es da Techtel-Mächtel gibt, aber die Zielgruppe ist halt einfach nicht groß genug, dass das irgendwie die Runde macht. Dass es irgendjemanden interessieren würde. Ja, so ungefähr. Wenn du jetzt so den Top 20 der größten Influencer Deutschlands gehört, dann ist das mal ein Thema, aber schon danach fängt es schon an, so ein bisschen weniger zu werden. Und ich glaube, Aquaristik, absolute Meganische, also da musst du schon ganz, ganz tief drin sein, damit das für dich interessant ist, glaube ich. Ja, wahrscheinlich. Naja. Ich kann dir noch, ich kann noch ein kleines Update geben, auf jeden Fall, zu meinem Fuchsgesicht. Ah ja. Ihr habt es vielleicht letzte Folge ja mitbekommen, dass ich ein neues Fuchsgesicht habe. Wurde mal kurz angeschnitten, ne? Stimmt. Aber ich finde, es haben sehr, sehr wirklich viele Leute geschrieben, dass sie es cool fanden, so ausführlich darüber was zu hören. Und ich verstehe das, wie gesagt. Total gut war übrigens, ich habe das ja da hochgeladen und hat dann irgendwie nochmal drauf geguckt und direkt hat irgendjemand geschrieben, so, ja, ich habe die Folge schon dreimal gehört. Was? Wie? Hast du wieder eine alte Folge hochgeladen? Nein. Also, er konnte die zeitlich, glaube ich, noch gar nicht dreimal gehört haben und hat aber schon geschrieben, ich habe sie mir jetzt dreimal hintereinander angehört oder so. Hä? Verstehe ich nicht. Gibt es da einen Zusammenhang oder hast du einfach nur Blödsinn geschrieben? Ich glaube. Aber komisch, aber okay. Ja, ist auch egal. Auf jeden Fall wollte ich darauf hinaus, dass das neue Fuchsgesicht, glaube ich, wirklich deutlich mehr Algen frisst. Also, ich habe mich jetzt wirklich gezielt mal hingesetzt, weiter weg vom Aquarium, am Esstisch, kann ich an einer Position auch ganz gut so dreiviertel des Aquariums sehen und der ist wirklich sehr, sehr viel am Futtern. Der ist echt durchgehend eigentlich am Algenfressen. Und ja, ich bin wieder in diesem, ich hatte ja ganz früher schon mal eine Algenphase, wo alles volle Algen war und jetzt bin ich wieder in dieser Situation, dass ich mich eigentlich echt freue, dass die Algen da sind, weil ich jetzt die Doktorfische und das Fuchsgesicht die ganze Zeit sehe, wie die im Riff sind und permanent alles wegfressen und so und ich habe einfach ein gutes Gefühl dabei. Die sind jetzt gerade Dauerfresser, die können dauerhaft einfach fressen, die sind die ganze Zeit abgelenkt, sind die ganze Zeit am Rumpicken und so, so wie ich mir das auch in der Natur vorstelle, wenn die irgendwo in den Riffen hängen oder ja, in den Bereichen, wo vielleicht weniger Korallen, aber vielleicht viel Gestein ist und so weiter, was mit Algenaufwuchs irgendwie bedeckt ist und so, wo die dann die ganze Zeit am Rumpicken sind und genau das, was sie so wahrscheinlich, schätze ich jetzt einfach mal, in der Natur machen, können sie auch gerade bei mir im Aquarium machen und das finde ich eigentlich ziemlich cool, weil ich hatte schon überlegt, ich weiß nicht, hattest du meine Insta-Story gesehen? Hast du meine Insta-Story gesehen zu meinem Nitratwert? Ach ja, ja, doch, habe ich glaube ich gesehen, ja. Der ist einfach auf sieben oder so, ne? Ich hatte das erste Mal gemessen, da war er bei 7,6 und dann dachte ich, krass, das kann doch irgendwie nicht sein, der war vor einem Monat noch bei 56 oder so, dann habe ich nochmal gemessen und da war er bei 6,7, also von 7,7 zu, von 7,6 zu 6,7, aber es ist ja auch ein High-Range-Checker, also der ist jetzt in den unteren Bereichen jetzt nicht so super, super präzise, wobei ich nicht genau weiß, ab wann High-Range schon High-Range ist, kann sein, dass dieser 6 oder 7er-Bereich sogar schon eigentlich High-Range ist, wahrscheinlich sogar, aber ist ja auch wurscht, ob das jetzt 6,7 oder 7,6 ist, aber auf jeden Fall ist es krass, in einem Monat so krass wenig und dann haben mir viele Leute geschrieben, hey, wie kann das denn sein, Bakterienprodukte oder dies, was jenes, aber die müssen ja eigentlich durch meine Geschichte nach den Dinos mit den Algen, die müssen ja jetzt eigentlich in den Algen drin sein, oder? Ja. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Ja, und die Korallen stehen besser und fangen wahrscheinlich anzuziehen, ne, also das kommt ja auch noch. Auch ein bisschen, ja, definitiv, aber nicht so schnell jetzt, dass das so krass ist, also so viel krass, dass der KH-Verbaut ist. Ja, ich hatte auch schon überlegt, hast du vielleicht Wasser gewechselt, da habe ich gedacht, nee, das ist doch der Hallex, das ist im Leben nicht, nein. Also ganz ehrlich, jetzt beruhigen wir uns aber mal alle wieder. Ich habe keinen Grund, gleich durchzudrehen und hier rumzuschreien. Und da war so ein bisschen die Überlegung, soll ich jetzt wirklich das absaugen, also absaugen bedeutet natürlich nicht, ich hole das raus, ne, sondern soll ich das absaugen und dann filtern, sodass das alte Wasser wieder reingeht und ich aber die Algen raushole, weil, wie gesagt, Wasserwechsel, machen wir jetzt mal keinen Blödsinn, ja, und dann hätte ich ja quasi das gebundene Nitrat mit den Algen sozusagen rausgeholt, aber irgendwie finde ich das geil, dass die Fische was zu futtern haben, zu futtern haben jetzt die ganze Zeit. Ja, also die Fische fressen das ja und dann steht es ja auch erstmal den Korallen wieder in der Wassersäule teilweise zur Verfügung und zum anderen wird es natürlich auch so über den Abschäumer dann wieder rausgeholt, ne. Auch ein Teil, ne. Deswegen, glaube ich, wäre das jetzt der schnellere Weg gewesen, aber. Da würde ich jetzt mal nicht durchdrehen wegen. Eben, und da ich ja nicht irgendwie aktiv irgendwie Probleme hätte jetzt mit dem hohen Nitrat, dass jetzt irgendwas ist, weshalb ich jetzt irgendwie der Meinung bin, ich muss es unbedingt senken, kann das von mir aus auch ruhig langsam gehen. Da gibt es jetzt keinen Grund, einen Schlauch in die Hand zu nehmen, ne. Nee, um Gott, oder irgendwie Salzwasser anzumischen oder so ein Blödsinn. Oh, um Gottes Willen. Auf solche Ideen kommen die Leute ja teilweise bei hohen Nitratwerten und so, ne. Nein, 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 nein. Das muss dann aussitzen, das Problem, das ist einfach so. Ja, auf jeden Fall. Problem? Was für ein Problem? Hohen Nitratwerten sind eigentlich kein Problem, nein. Nee, eben. Aber dann kommst du ja vielleicht auch mal in den Genuss von schönen Korallen jetzt. Schauen wir mal, es war auch ein bisschen, also ich hatte nochmal mit Corey auch im Forum geschrieben und er meinte, dass mein hoher Nitratwert auch eben dazu führen kann, dass in solchen Situationen wie meiner mit den Dinos und dann diesen freien Flächen, die dann wieder von Algen belegt werden können, wo dann wieder Platz ist, dass da die hohen Nitratwerte auch durchaus kontraproduktiv sein können. Also, dass dann deutlich schneller auch Algen entstehen können, wenn so viel Nitrat im Wasser da ist, weißt du, dass die dann so explodieren können. Ja, ich hab mal auch gesagt bekommen, damit wir jetzt hier schon mal direkt Hörensagen mit reinbekommen in den heutigen Podcast, dass mit besonders hohen Nitratwerten ja angeblich Wachstum von Fischen eingeschränkt sein soll, ne, also hoher Nitratwert. Wer hat das gesagt? Das hab ich mal von ATI gehört. Ach so. So, hoher Nitratwert heißt, Fische können sich eventuell nicht weiter ausbilden, also können nicht weiter, also Wachstumseinschränken. Was heißt denn hoch ein Kilo? Da geht's dann eher um 100 Milligramm pro Liter, so, in diesem Bereich. Also, ich kenn Zichbecken mit 100 Milligramm und mehr wahrscheinlich. Nitrat? Wo solche Raketenhupen an Fischen drin rumschwimmen. Also, sind die dann auch schon von klein gewesen und dann da groß geworden? Mit Sicherheit, ja. Auf jeden Fall hab ich das dann so mitgekriegt mal, das war Hörensagen, war das mal ein Thema. Äh, und auch gleich wurde dann dazu in gleichem Atemzug gesagt, dass das sich ja auch dann auf Algen beziehen würde. Nicht auf alle Algen, aber grundsätzlich, wenn Fische weniger schnell wachsen... Es gibt verschiedene Algen, die einen finden das gut, die anderen nicht so. Können auch Algen weniger gut wachsen. Naja, ich hatte auf jeden Fall das gegenteilige Gefühl. Corey auch. Mehr Nitrat kann auch in Algenphasen bedeuten, dass die dann erst Recht Gas geben. Ja, sicher. Kann ich unterschreiben auf jeden Fall. Also, ich weiß jetzt nicht, wie es gewesen wäre, hätte ich jetzt weniger Nitrat gehabt, aber die sind schon gut durch die Decke gegangen. Und ergibt ja auch eigentlich, das hatte er schon gesagt, ohne dass ich schon gepostet hatte, dass mein Nitratwert jetzt bei sieben ist und so. Und das ergibt ja auch jetzt im Nachhinein dann sehr viel Sinn, wenn man sagt, ey, wenn du so viel Nitrat hast, dann explodieren die Algen. Wenn die Algen so explodiert sind und das in sich gespeichert haben, ergibt es ja auch komplett Sinn, dass mein Nitratwert jetzt so krass gesunken ist. Das würde ja perfekt zusammenpassen eigentlich. Und dahingehend ist es vielleicht dann doch manchmal gar nicht so schlecht, dass der Nitratwert nicht so hoch ist, damit die nicht so viel Potenzial haben. Auf der anderen Seite habe ich aber natürlich jetzt so viel Nitrat übrig, dass mir jetzt nicht die Algen direkt alles rausgezogen haben, sodass für die Korallen nichts mehr übrig waren. So kann man es natürlich auch sehen. Ja, aber jetzt fangen die Korallen richtig an zu schieben. Du kaufst dir noch ein paar SPS-Korallen und dann geht er nämlich weiter runter. Habe ich tatsächlich noch einige, ja. Also ich habe jetzt auch wieder gut SPS drin. Bis jetzt stehen alle sehr gut. Ich bin sehr gespannt. Ich stelle mir jetzt aber wirklich bald die Frage, auch verschieden. Also ich weiß gar nicht, ab wann ich jetzt angefangen habe, das zu erzählen. Also ich habe ja nach und nach stocke ich ja immer wieder SPS auf. Also teilweise waren es von Leuten aus dem Forum. Dann habe ich bestellt mal bei White Corals, mal bei Fauna, mal bei... Patrick war ich, ja, irgendwie, ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwas vergessen habe, aber ich habe immer mal wieder so ein paar nach und nach. Und weil immer alle, die ich neu reingesetzt habe, gut standen, habe ich immer wieder mal ein paar neue dazugesetzt. Und bis jetzt funktioniert es sehr gut. Sehr schön. Auch richtig gutes Polypenbild. Ich denke mir zwar immer noch irgendwie, das kann doch nicht alles sein an Wachstum. Wobei, ich hätte ja schon mal letztes Mal darüber gesprochen und da muss man auch mal sagen, ich habe letzte Folge direkt falsch reingestartet. Aber auch da ein Fehler. Die heißt ja nicht Seriatopora Calendrium. Ja, ja, ja. Sondern die heißt, ja, du machst dich auch sehr viel lustig über falsche Aussprache, ne? Ja. Die heißt Kaliendrum. Kaliendrum heißt die, ne? Kaliendrum, das war ein bisschen Fremdscham-Moment dann auch, muss ich sagen. Auch gerade von dir, also so lange schon drin, ne? In dem Thema. Und dann hier immer Hans-Werder Borling. Und hier, was für eine Planarien? Ne, nicht Tobelarien, was sagst du immer? Planetarien. Planetarien und so. Aber Seriatopora Calendrium, ne? Ich sage ganz, es gibt ein paar Sachen, die sage ich falsch. Das ist aber einfach so. Das ist eh voll krass. Das ist eh voll krass. Alter Digga. Wir sind am Donnerstag Fahrrad gefahren. Wir sind an so einer Bank vorbei. War ja so, war ja Vatertag, ne? Und da hingen so Typen auf einer Bank. Ich glaube, die waren noch ein bisschen bekifft oder so und haben Bier getrunken. Ja, dann. Was man halt so um halb zwölf macht. Am Vatertag. Ja, stimmt. So kurz vor Mittag. Und der eine, der nur im Vorbeifahren, hat der, glaube ich, irgendwie fünfmal Digga und dreimal Alter. Das ist aber normal, ne? Das ist aber normal. Ne, da gewöhne ich mich nicht dran. Ich war nie in der Digga-Phase irgendwie, aber Digga ist aktueller denn je. Digga ist auch heftig. Alter ist auch, weiß ich nicht. Echt? Boah, Alter sage ich aber wirklich ungefähr 24 Mal am Tag. Ja, aber du sagst ja nicht Alter, Alter. Alter, oder? Alter? Ich weiß nicht, Alter. Was? Ja, so. Ich sag nicht immer Alter. Ja, wenn man das wirklich... Anstatt Digga meinst du so als Füllwort so am Ende? Ja, ja. Das meine ich. Ja, ja, okay. Aber kann ja sein. Ich sag eher so, Alter, krass. So, das ist so mein Ding. Alter, krass Digga. Mega geil, sag ich auch immer viel. Mega geil. Ja, worauf ich eigentlich hinaus wollte, dass man sowas ja extrem übernimmt. Also, meine erste Anlaufstelle damals war ja immer Karlsruhe und in Karlsruhe hast du ja einfach einen Extremdialekt, also ein ganz besonderer Dialekt einfach. Das stimmt. Das hört sich manchmal so ein bisschen an, als wird es auch gesungen. Also, es ist nicht nur so, dass es ein Weischt ist, also dass die Wörter einfach anders klingen, sondern auch die Betonungen sind immer manchmal immer so sehr verrückt. Immer manchmal ist auch eine super Kombination. Danke von mir selber an mich auch an der Stelle. Ähm, aber da waren dann viele Sachen, die hab ich dann so gehört und hab die dann auch übernommen, bis ich dann mal gesehen habe, wie die eigentlich geschrieben werden. Und dann war mir dann auch irgendwann bewusst, das hat ja gar nichts miteinander zu tun, so. Also, ja, keine Ahnung. So, Zynarina war dann so Zynarina und so aus dem S wird ein C und ich hab jetzt nicht so super viele Beispiele, würde ich gerade gerne nennen, aber da waren auf jeden Fall einige dabei, bei denen ich dann herausgefunden habe, das ist ja vollkommen, also, wenn man es ausspricht, man weiß, was gemeint ist, aber es ist auf jeden Fall nicht richtig. Ja. Ja, ja, das ist wohl so, ja. Aber gut. Ich entschuldige mich jetzt auch öffentlich dafür, dass das so gelaufen ist. Weiß ich nicht, ob man das wieder gut machen kann. Nee, ich will das gar nicht wieder gut machen, ich wollte mich nur entschuldigen. Ach so. Das muss reichen, oder? Einfach mal sorry sagen. Ja, sorry. Auch an Aker für die Kritik an der Osmosanlage? Nee, warum? Nee. Okay. Das ist nicht immer übertreiben direkt, ne? Ich beschuldige dich auch nicht einfach, Wasserwechsel gemacht zu haben, also. Boah, ja, okay, jetzt beruhigen wir uns ja genau, ja. Das stimmt. Ähm, ja, auf jeden Fall waren das so meine News. Ja. Fuchsgesicht frisst viel, aber es ist auch sehr viel zu fressen da. Korallen stehen nach wie vor top. Nitrat ist extrem runtergegangen. Osmosanlage habe ich jetzt meinen Harz nochmal verdoppelt. Also ich hatte jetzt ja sowieso vor langer Zeit nochmal einen zweiten Filter bestellt, weil bei einem ist was kaputt gegangen, da hatte ich keinen Bock das zu reparieren, das habe ich jetzt gemacht. Das ist einfach nur so ein Mini-Osmosan-Teil für 2,10 Euro, keine Ahnung, nichts Besonderes. Äh, ich habe jetzt irgendwie wieder Gelbstoff im Wasser, trotz, äh, Os, äh, trotz, äh, äh, Ozon und, äh, Kohle und, äh, mein Fließfilter ist endlich kaputt. Ich habe ja schon fast darauf gehofft, dass es endlich passiert, damit ich mir jetzt einen neuen bestellen kann. Endlich, endlich mal einen Fließfilter holen. Also ich habe ja keinen Fließfilter dran, ne? Mhm. Und manchmal hätte ich schon gern einen. Weil? Ja, also, also, zwischendurch das Wasser wirklich sehr, sehr klar, aber sobald wieder einer irgendwie mal an den Sand oder da einen Stein ein bisschen rum, ah, was? Mir fehlt gerade noch was ein, den kann ich auch noch gleich erzählen. Also gibt es überhaupt nichts Besonderes, aber ich musste gerade noch an die News denken. Sorry, die sind gerade in meinen Kopf gekommen und ich habe es nicht geschafft, dich nicht uns zu sprechen, ja. Also ich wünsche mir schon immer öfter doch auch wieder, äh, so einen Filter und deswegen bin ich auch am überlegen, ob ich jetzt einfach mal mich um den Keller kümmern soll. Oh, ehrlich, jetzt schon? Jetzt schon, ne? Okay. Ja. Können wir mal machen. Also ich, ich merke ja so im Becken so richtig, ehrlich gesagt, kein Unterschied, ob der Fließfilter läuft oder nicht, ne? Ne. Ne, sehe ich keinen Unterschied. Aber, das ist mir egal, weil ich sehe ja, was der Fließfilter rausholt. Ich sehe ja, dass die Rolle dreckig ist. Ich wollte gerade sagen. Das heißt, er holt ja definitiv was raus und irgendwie finde ich es auch einfach ein befriedigendes Gefühl manchmal so ein bisschen, wenn man im Becken rumgewühlt hat. Ähm, und dass die ganze Schwebeteilchen da unterwegs sind, dass man weiß, dass da jetzt mehr von rausgeholt werden. Also die werden, die werden ja auch definitiv rausgeholt. Also immer, wenn man irgendwie am Becken gearbeitet hat und irgendwas aufgewühlt wurde, dann hört man das, dass die Fließrolle viel schneller nachrollt. Also die holt ja wirklich effektiv das auch raus. Aber so im Alltag, wenn ich meine 3,65 Meter 2,41 lang gucke, dann sehe ich ehrlich gesagt immer kleine Schwebeteilchen. Die sehe ich mit Fließfilter, die sehe ich aber auch ohne Fließfilter. Also da sehe ich jetzt nicht so einen Riesenunterschied. Vielleicht habe ich aber auch einfach nicht so richtig den Blick dafür. Aber naja, auf jeden Fall läuft jetzt auch noch wieder die UV-Anlage. Sag mal, also es ist ja nach wie vor so, wenn du, wenn jetzt ein Fisch gerade gewühlt hat, dann ist das Becken halt trüb. Dann machst du ja auch nichts weiter. Richtig. Ja, ich habe aber nicht mal Bodengrund und keinen wühlenden Fisch. Aber selbst so, du hast ja in den Steinen, da hast du ja so Mulmen drin und so, ne? Ja, das schon, ja. Und wenn da mal einer hingeht und so Mandarinen zum Beispiel können das ja super, die picken dann so und hinten fliegt das... Weiß ich nicht, wenn man vielleicht zehnfachen, oder wenn ich jetzt zehnfachen Durchfluss hätte durch einen Fließfilter pro Stunde, vielleicht wäre der Effekt dann größer. Weiß ich nicht. Auch da wieder so eine kleine Hasssituation von mir. Dadurch, dass der Fließfilter ab ist, habe ich mir auch nochmal meinen Kugelhahn angeguckt und so. Und ich wusste es aber schon, aber ich habe nochmal krass gesehen, wie extrem der ja den Durchfluss verringert, ne? So ein 32er Kugelhahn, ja. Ja, da kann man schon mal auf... Also zum Beispiel Royal Exklusiv hat so Ventile auch, ne? Hast du ja auch mal gehabt eins, ne? Glaub ich, oder? Ne, aber ich habe gerade... Das wurde mir direkt dann von der Moderatorin auf dem süß und salzig Discord empfohlen. Diese Royal Exklusiv, diese Schiebe, die funktionieren eigentlich wie ein Schrägsitzventil, ne? Ja, nur gerade, so ein Schieber ist das, genau. Genau, da fährt dann so eine Barriere, wie so eine... Genau, aber wenn du da, also wenn du da irgendwie, was weiß ich, ein 40er, für ein 40er Rohr eins nimmst, das ist innen drin, glaube ich, kleiner als 32 oder so. Kleiner sogar noch als 32, weil ich hatte mir überlegt, den zu holen und hätte jetzt gedacht, okay, wenn ich jetzt aber ein 40er hole, dann wird ja wohl Innenplatz sein für ein 32er. Ja, ja, also das würde ich dann auch nehmen, ja, ja. Aber meinst du, es verengt trotzdem? Ja, auf jeden Fall viel weniger, als manche Kugelhirne das tun, ne? Also ich habe schon Kugelhirne gesehen, da war vielleicht noch 25 hin, oder was? Ja, ja, ich habe ja auch ein Schrägsitzventil für ein 32er hier. Boah, da geht ja gar nichts durch, das ist auch echt krass. Und das finde ich auch ein bisschen frech, weil ich finde, das ist nicht so richtig gut kommuniziert. Da hatte ich nämlich genau wegen diesem Royal Exklusivschieber, habe ich nämlich auch eine Mail geschrieben und mal nachgefragt. Und da wurde genau das auch bestätigt, ne? Dass der Durchfluss da viel, viel kleiner ist, als das zu einem Rohr. Aber da wurde auch nochmal gesagt, ja gut, aber ein 32er Rohr, die 32, das ist auch der Außendurchmesser und nicht der Innendurchmesser. Aber ganz ehrlich, bei einem 32er PVC-Rohr, da macht es den Beraten nicht so fest, ob außen oder innen durch. Es gibt ja so mega schwere Hochdruckrohre irgendwie. Also die meinten, bei Metall ist das wohl anders irgendwie. Bei Metallrohren, da ist immer die Größe der Innendurchmesser, nicht der Außendurchmesser. Ach krass, okay. Keine Ahnung, was haben wir mit Metallrohren zu tun, ne? Ich meine, ich könnte mir auch eine Verrohrung aus Titan machen oder so. Wollte ich gerade sagen, ich mache meine Verrohrung demnächst aus Titan, ja. Das ist Kupfer. Kupfer, perfekt, ja. Das ist eine super Idee. Probiert es mal aus. Nee, also da auf jeden Fall immer eine Nummer größer nehmen, würde ich schon sagen, ja. Die muss man dann halt irgendwie dann wieder verkleinern, muss dann halt wieder Verringerungs... Kannst du einfach die kurzen Redus reinkleben, zwei Stück, ne? Kurzen was? Reduzierung, Redus. Ja, ja, das meine ich ja. Die musst du dann halt wieder, musst du dann auch wieder, darfst du nicht vergessen, die wieder mitzubestellen und so. Ja. Aber bei diesem von Real Exklusiv ist es ja so, wenn du die da reinklebst, dann sind die fix in dem Ding drin. Die sind dann für immer da drin. Und es gibt diese Schrägsitzventile und diese Schrägsitzventile, die haben so Schraubadapter. Ja. Und die kann man auch einzeln nachkaufen. Das heißt, wenn man so ein Schrägsitzventil holt, dann könnte man die auch immer noch, wenn man irgendwie das Becken umzieht oder weiß nicht was, klebt man das nur in diese Verschraubung rein, die kann man dann abschrauben und später auch wechseln. Die hast du dann ein Leben lang. Ja gut, aber du kannst auch immer noch hingehen und dir zwei Schraubenmuffen, also so, ne, Verschraubungen einfach da dran kleben. Und dann kannst du die ja auch immer noch wechseln. Kosten jetzt ja auch nicht die Welt. Kann man machen, ja. Weil ich finde nämlich das blöde, ich weiß aber nicht, wie wichtig das ist, aber ich glaube schon, bei den Schrägstventilien, die haben ja auch eine Laufrichtung. Die sind ja schräg. Und wenn man da reinguckt, dann sieht man auch, warum die eine Laufrichtung haben. Also Realexklusiv, aber nicht, das ist 90 Grad, der Schieber ist 90 Grad. Genau, und deswegen ist das ja der Vorteil, weshalb ich auch den eigentlich lieber hätte, weil ich habe nämlich eins meiner schrägsten Ventile im Einsatz, allerdings für den Ablauf von meinem Ablegerbecken. Und das muss ich so kopfüber, habe ich das montiert, weil es eine Laufrichtung hat, und das sieht total bescheuert aus, dass das Drehrad nach unten zeigt. Aber das ist halt nun mal die Laufrichtung und das Rohr verläuft halt senkrecht. Und das ist irgendwie blöd. Deswegen hätte ich eigentlich auch lieber das von Realexklusiv. Naja, gut, das zu dem Punkt. Und wie gesagt, ich habe meine UV-Anlage wieder. Ich habe meine Lampe getauscht. Wir hatten ja auch Stürmer gesprochen. Und ja, man hätte tatsächlich nur bei mir diesen Temperaturchecker, der hätte nur getauscht werden können, und ich hätte das Leuchtmittel behalten können. Das hätte dann irgendwie 15, 16, 18 Euro oder irgendwie sowas gekostet. Also sehr übersichtlich. Aber der Kollege von Droptronic hat gesagt, dass meine Lampe ja schon, man sieht das ja, relativ trüb ist. Also wenn man die ausbaut, dann sieht man, ob das Leuchtmittel trüb ist. Und je trüber das ist, desto länger ist die schon im Einsatz. Und desto weniger Wirkung zeigt die natürlich dann auch. Also desto weniger UV-Strahlung wird da erzeugt. Und der Wirkungsgrad ist natürlich dann geringer. Da hat er mir schon gesagt, dass die relativ trüb ist. Ich hatte es auch schon beim Ausbauen gesehen. Und ob es nicht sinnvoll wäre, die vielleicht zu tauschen oder hat es mir schon vorgeschlagen. Ich dachte allerdings, ich meine, ich habe jetzt nicht mehr nachgeguckt, aber eigentlich ganz cool, weil mein GHL zeigt immer ja an, wie viele Stunden die einzelnen Geräte im Einsatz waren. Und das stand da sogar. Aber ich habe es zu schnell weggeklickt und gelöscht und jetzt mit der 9 direkt wieder ausgetauscht und wieder auf 0 gesetzt. Ich dachte eigentlich, meine Lampe lief damals vielleicht ein halbes Jahr oder so. Hatte ich ihm dann auch geschrieben. Und er meinte dann, ja, wenn das so ist, dann kannst du dir natürlich wieder ein halbes oder vielleicht noch ein Jahr, also normalerweise läuft so eine UV-Lampe ein Jahr bis zu anderthalb Jahre. Kannst es ja lassen. Aber ich habe mir gedacht, bevor ich dann wieder den Riesen hin und her und Hickhack mache und so und dann die UV einsetze, von der ich schon weiß, dass die Lampe trüb ist und dann aber wirklich eine brauche und dann daran zweifle, ob die Wirkungsgrad überhaupt noch so hoch ist, tausche ich das Ding jetzt einmal aus. Ich weiß ja auch, dass ich es jetzt nicht dauerhaft im Einsatz haben werde und dann habe ich wahrscheinlich auf Lifetime wieder ein vernünftiges System und ein vernünftiges UV. Ja, schön. Ich habe die nämlich jetzt auch angemacht. Und? Weil tatsächlich Trommelwirbel die Docs leicht wieder Pünktchen bekommen haben, die neuen. Ja, genau. Allerdings, ja, ungefähr so zwei, drei Tage, nachdem wir die letzte Folge hier aufgenommen haben, war der wieder echt, der große Doc, der kleine gar nicht, aber der große Doc, wieder gut voller Pünktchen. Mhm. Dachte ich, scheiße, kacke, hoffentlich geht das nicht nach hinten los. Ähm, jetzt ist das aber schon wieder drei, vier Tage her und er hat gar keine Pünktchen mehr, sind wieder komplett weg. Mhm. Man sieht das, finde ich, ganz besonders sieht man das in dieser Blaulichtphase. Ja, ja. Vor allen Dingen, wenn es sogar relativ dunkelblau ist, die Pünktchen, die stechen halt so richtig raus dann, du siehst das so richtig seitlich schimmern, siehst du halt dann. Ja. Ja. Und die sind jetzt fast komplett weg. Ich habe auch viel gesehen, dass meine kleinen Grundeln, diese Putzergrundeln, also ich habe ja einmal diese Evelinelle, diese blauen und diese gelben, die haben, die putzen auch wirklich viel aktiv, gerade die Docs. Meinst du, das hat einen Vorteil gegenüber den Pünktchen? Also, dass die die Pünktchen wirklich aktiv abfressen und so, ob das irgendwie dann Einfluss hat? Bestimmt, warum denn nicht? Kann doch sein. Es sieht auf jeden Fall so ein bisschen so aus, weil die hängen schon echt viel an denen und die lassen sich auch putzen. Aber haben die, die sind doch auch mega empfindlich, was Pünktchen angeht, glaube ich, oder? Wer denn? Diese Grundeln. Jetzt, genau darauf wollte ich hinaus. siehste. Alle Grundeln haben Pünktchen. Ja. Alle Grundeln haben jetzt nämlich Pünktchen tatsächlich. Hm. Ja, toll. Aber nichts anderes. Weder ein Klauenfisch noch irgendwie ein Zwergkaiser oder was weiß ich, Riffbarsche oder so, nichts. Tatsächlich habe ich das Gefühl, die haben die gefuttert und die kommen jetzt aus denen selber raus, die Pünktchen. Ich hoffe aber mal, dass sich das jetzt nicht so doll im Becken verteilt, aber ich habe einfach mal, um vielleicht wenigstens irgendwie da was beizutragen, einfach die UV noch zusätzlich angemacht, weil auch in Zukunft geplant ist, dass ein neuer Fisch reinkommt und präventiv einfach schon mal, um das Wasser dann clean zu halten, hauptsächlich irgendwie zu versuchen zumindest, dass wenn ein neuer Fisch reinkommt, das Wasser nicht so belastet ist mit Keim. Habe ich die schon mal angeworfen. Gut. Also ich würde grundsätzlich empfehlen, bis zwei Wochen nachdem das letzte Pünktchen verschwunden ist, nichts am Becken zu machen. Also keine neuen Fische oder so reinzusetzen. Okay. So meine Erfahrung. Zwei Wochen mal umgehen lassen. Ich würde jetzt auch keine Korallen einsetzen oder sowas. Gar nicht rumfummeln. Keine Korallen? Warum? Dieses Gefummel und so, ne? Das ist schon... Ach, Stress für die Tiere meinst du? Ich würde einfach die Finger raushalten. Gut füttern einfach, ne? Genau. Dass die möglichst wenig Stress haben, dass sie sich nicht um Futter streiten müssen oder so. Viele kleine Portionen. Du bist ja eh... Gut, du bist jemand, der ist nicht oft zu Hause, ne? Verstehe ich? Nee, gar nicht, gar nicht. Da werde ich ganz kribbelig, wenn ich lange zu Hause bin. Richtig. Ja. Oh Mann, ey. Es ist wie, wenn ich, wenn ich, wie ich immer so schlechtes Gewissen habe, wenn ich mal eine Woche keinen Wasserwechsel mache. Das geht so einher so. Ey, ich habe aber auch noch keinen gemacht hier. Noch nie? Seit dem Neustart? Doch. Habe ich... Ja, traut er sich jetzt nicht zu sagen. Nee, nee. Seit dem Neustart habe ich noch. Habe ich... Ach du Scheiße. Habe ich oder nicht? Und dann propagiert er hier Wasserwechsel. Und dann sowas. Du Scheiße. Doch, ich habe doch einmal Algen abgesaugt, ne? Also, ich muss sagen, je länger mein Becken steht und je länger ich im Meerwasser drin bin... Und desto unnötiger empfindest du einen Wasserwechsel. Desto weniger verstehe ich, warum er einen Wasserwechsel macht. Ja. Ja, grundsätzlich sehe ich das genauso. Oh, ehrlich? Es sei denn, du willst irgendwie so im High-End-Agro-Bereich unterwegs sein. Dann, glaube ich, ist das schon nach wie vor, bin ich der Meinung. Ja, aber mit welcher Begründung? Mit welcher Begründung? Ja, es gibt ja Sachen, die kannst du nicht messen, ne? Ja, ja, klar. Hören, sagen. Ist so. Ist so. Ja? Ja. Und Nitrat und NO3 und PO4 immer 1 zu 100, ne? Nee, kann es ja auch nicht mehr. Nee? Ja, wenn du alles so auf 0 hast, gemessen, was willst du denn da noch 1 zu 100 machen? Ach so. Ja, das ist ja dann, das kann man nur nicht messen, aber es wird ja dann wahrscheinlich trotzdem irgendwo 1 zu 100 sein. Ja, du willst ja, du willst ja, dass da... 0,00001 PO4 und 0,001 PO3. War das richtig? Ich weiß nicht. Dass du die Zugsantellenanzahl in deinem Becken an zwei Händen abzählst. Möglichst auf 1 setzt. Solange noch eine Zugsantelle da ist, würde ich mir keine Gedanken machen. Also, wenn in der ICP bei Zugsantelle NN steht, dann bist du da, wo du hin willst, ganz genau. Ja, ich hole die auch immer wieder raus, meine Korallen, und halte die unter das Mikroskop und da vergeht schon mal eine Dreiviertelstunde, Stunde, bis ich die eine Zugsantelle gefunden habe. Richtig. Aber wenn ich sie habe, dann weiß ich, es läuft alles nach Plan. Oder noch nicht ganz. Dann macht man Zeolit oder sowas aus dem Becken. Ja, ich nehme bei mir die Korallen schon mal raus und bade die in Kupfer. Ja, in Kupferbad, stimmt. Dann schüttelst du die hinterher so, dann siehst du da unten die Zugantellen rausfallen. Das Gute ist, dass, wenn die natürlich auch komplett draußen sind, kriegt man keine Probleme mehr mit Dinos, ne? Ne, ne, ne. Das sind ja keine mehr da. Das ist auch Präventivmaßnahme dann, logischerweise. Ja, um sicher zu gehen. Ja, ja. Also, was sagt man? Korallen in Kupfer baden, damit man halt keine Dinos kriegt. Richtig. 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 So muss es sein. UV und Lampe auf 100%. Filterung sowieso, finde ich, sollte auf 100% laufen. Guck mal, ich habe ja nahezu das AW-Plus-Programm. Das hatte ich dir auch mal gezeigt bei der Radeon, ne? Mhm. Und jetzt läuft mein Becken ja. Ich habe ja ganz ordentlich Fische drin auch. Und ich sehe, die Korallen stehen gut. Und ich bin jetzt bei 85% Beleuchtungsstärke. Okay. Okay. Und ich sehe, die Akkus gehen immer steiler und steil. Ah, okay. Das ist gut, dass du es sagst. Was sagt denn jetzt das Power-Wise dazu? Ähm. Ja, ich weiß nicht. Das ist so ein bisschen schwierig, weil das liegt ja auf dem Schreibtisch und das nimmt das Licht, kommt ja nicht so an. Ja, ja. Ich hatte eigentlich gedacht, ich hatte eigentlich gedacht, vielleicht kommst du nächste Woche mal vorbei und dann probieren wir das mal aus hier so. Ja, klar. Ja. Ich dachte, der Service wäre da auch so mit drin gewesen. Ist auch wirklich, also ich muss sagen, ist auch wirklich viel Arbeit. Das ist wirklich, wirklich viel Arbeit. Weil du musst, erstmal brauchst du einen Laptop. Den hat ja schon mal nicht jeder. Hast du wahrscheinlich, denke ich mal auch nicht. Ich hab ja nur so ein olles MacBook hier rum. Ja, genau. Und dann musst du das auch noch daran anschließen. Ja. Da muss erstmal der richtige Slot gefunden werden. Da hab ich ja schon. Da geht's ja schon los. An dem komischen MacBook, was du mir hier empfohlen hast, da ist ja nicht mal sowas dran. Doch, doch. Ich hab dir, meine ich, sogar auch den Adapter mitgegeben. Du kannst genau direkt USB-C, Thunderbolt und so. Geht schon, theoretisch. Den Adapter hab ich nicht. Du hast eh einen Adapter. Ich weiß ganz genau, dass du einen Adapter da zu Hause liegen hast. Selbst wenn ich dir den nicht mitgegeben habe, hast du einen eigenen Adapter. Das musst du da ranstecken. Dann kommt eine Push-Benachrichtigung quasi. Dann musst du da draufdrücken. Das ist so viel. Und du musst das Ding ja noch ins Wasser halten und so. Ich kann das komplett verstehen. Das ist, da muss man erstmal die Zeit für finden. Das ist unmenschlich, ist das. Da muss man erstmal die Zeit für finden. Menschlicher Stress. Okay, ich ist ja, ja, ich werde mich mal drum kümmern. Ist nicht auch langes Wochenende jetzt? Ist nicht wieder Feiertag? Ich hab mit Feiertagen wirklich gar nichts am Hut. Ich weiß nie, wann Feiertage sind tatsächlich. Das ist, für mich ist ja jeder Tag Feiertag, wie wir wissen. Ich bin ja pensioniert. Ich bin ja Privatier. Ja, das bist du wirklich. Für mich ist wirklich jeder Tag Feiertag. Mit so ein bisschen Videos machen da. Für Elefant. Doch, es ist Pfingstmontag. Der nächste Montag ist Pfingstmontag. Dann hab ich ein langes Wochenende, dann werde ich das ausprobieren. Ich schwör. Stark. Ich schwör. Ich verspreche. Und dann, was werde ich dann feststellen? Dann wirst du feststellen, dass deine Akros, die sind ja, wo sind die denn? Die sind ja höchstens auf der Hälfte der Beckenhöhe, oder? Sind die mittlerweile auch teilweise höher? Höhe, so Hälfte. Dann stehen die bei 85 Prozent. Boah, ich hab überhaupt gar keine Ahnung von den Radions, ne? Ich prädikte einfach mal 400 Paar. Okay. Das wär schon viel. Das wär schon viel. Ja? Finde ich eigentlich schon dafür, dass du so... Ich weiß nicht, was so viel und nicht so viel ist und so. Was haben die denn... Viel ist so 600. Was haben die denn in der Natur? Ähm, boah, weiß ich nicht. Wird mich auch mal interessieren. Weiß ich auch nicht. Bestimmt noch mehr. Bestimmt über 800 oder so. Aber das ist jetzt einfach mal so ein bisschen, einfach mal ein bisschen eine Zahl in den Raum zu nehmen. Höherum sagen. Da gibt's aber, das kriegt man bestimmt heraus. Also das kriegt man bestimmt, da gibt's auf jeden Fall Studien. Da kann ich jetzt keiner erzählen, also. Ja. Ich frag mal ChatGPT. Wir wissen alle, das wird jetzt... Also ich glaub, das ist so eine Frage, die kriegt ChatGPT nicht hin. Ne, meinst du nicht? Aber bei wie viel... Wie viel Paar stehen Acropora-Korallen ganz oben im Riff? So. Checken wir mal. Was sagt's denn? Acropora-Korallen, die oft in Riffen vorkommen, benötigen eine starke Beleuchtung, um gut gedeihen zu können. Photosynthetisch aktive Strahlung. Paar ist ein Maß für das Lichtspektrum. Okay. Bla, bla, bla. Natürlich nur Habitat. Bla, bla, bla. Klar, generell können die Paarwerte für Acropora-Korallen im natürlichen Riffumfeld zwischen 200 bis über 800 liegen. An der Spitze des Riffs, wo das Wasser am klarsten ist und die Sonneneinstrahlung am intensivsten, können die Paarwerte oft am höchsten sein. Oft über 800 Mikromol. Und in manchen Fällen sogar näher an 1000. Hm. Ui. Okay, dann mach ich jetzt gar nicht so schlecht mit meinen Geschichten. Dann häng ich mir noch drei Radions da drüber. Du solltest erst mal messen. Also ich glaube, du kommst mit den Radions, wenn du die... Also wenn die mal ganz oben sind, glaube ich, kommst du wahrscheinlich auch schon auch echt viel. Aber ja, das ist bla, bla, bla. Musst einfach mal messen. Ja, ja, nee, ich werd das mal messen. Okay. Oder einfach mal, wie ich, einfach mal 25 Prozent erhöhen und einfach mal gucken, was passiert. Nee, ich mach das ja langsamer, ne? Wenn du dich ja vernünftig darum gekümmert hast, um dein Becken, dann hast du ja eh keine Zugsantellen mehr. Dann kann der, wie sie gesagt, kannst du das... Ja, nee, Zugsantellen hab ich noch genug. Ich seh das ja. Da sind noch mehr als... Also sind definitiv viel zu viele noch drin. Das wurmt dich ein bisschen, ne? Ja, ich find das schon auch unverschämend, weil ich hab die ja nicht gebeten, da reinzukommen, ne? Ja. Da muss ich mal ein paar Nächte das Licht anlassen. Dann gehen die auch freiwillig wieder. Gut, also ich hab auf jeden Fall jetzt aktuell fast, wenn der Fließfilter wieder ankommt, das Becken, glaube ich, was so Jörg immer kritisiert. So dann vom Fließfilter zum Abschäumer, zur UV-Anlage, zur Aktivkohle, zur Ozon. Also, mehr gefiltert kann das Becken dann auch eigentlich gar nicht mehr werden, glaube ich, im Endeffekt. Pi mal Daumen grob zusammengefasst. Das ist ja... Also, was ist daran schlecht? Das sind alles kontrollierbare Systeme, die man abschalten kann. Was soll daran schlecht sein? Das muss möglichst weit von... Das ist Zug... Hm? Schlecht. Könnte nur daran sein, dass es halt zu clean ist und zu wenig übrig bleibt und... Für wen denn? Für die nicht vorhandenen Zugshantellen, oder was? Ja, das ist richtig schlimm. Was soll das denn? Genau, was wollen die haben, wenn... Wer will was haben, wenn er nicht da ist? Ja, richtig. Also, es muss alles tun. Okay, ich glaube, wir haben uns jetzt genug um die Zugshantelle und das Austreiben gekümmert heute. Nein, aber wichtig ist ja, dass das möglichst weit weg von der Natur ist, ja? Ja, also... Das muss schon alles zerschossen werden da drin. Ja, gut, dann kannst du auch auf deine 1500 Paar hochgehen, auf jeden Fall, würde ich sagen. Richtig, richtig. Ja, das stimmt. Ja, ich meine, hier De Jong früher, die hatten ja, habe ich mal erzählt, glaube ich auch, die hatten ja so T5-Leuchten. Und dann hatten die so ein großes Becken, wo die Akkus drin standen. Und da hatten die wirklich Röhre an Röhre. Aber mit so Abstand, keine Ahnung, keine 5 Zentimeter, glaube ich. Und das Becken war vielleicht, ich weiß nicht, das ist jetzt schwer zu schätzen, 2,50 Meter breit, 4 Meter lang oder so. Und die hatten so... Ja, 365 lang, glaube ich. Die hatten, also so eine Lampe, die konnten die von der Decke runterfahren, ja? Und das war wirklich komplett flächig. Also das war an den Rändern zu sogar, war das ein einziges Röhrenfeld. Wie so eine Sonnenbank. Und ja, wie eine, also richtig krass, wie eine Sonnenbank. Und die haben das bis auf 10 Zentimeter, glaube ich, über die Wasseroberfläche runter. Die wurden sowas von weggeballert da, die ganzen Zucksantellen. Aber hat das jetzt geklappt oder nicht? Das hatte richtig gut funktioniert, die hatten top Farben. Da haben die auch noch Korallenzucht gemacht. Also das ganze Korallenzuchtprogramm. War das mit den HQI-Geschichten damals nicht auch so, dass die einfach unfassbar hell waren? Bei De Jong? Nein, generell, HQI, das klingt jetzt so krass mit T5, aber davor war ja dieses ganze HQI-Thema. Ja, aber HQI war ja immer so diffuses Licht, weil das ja auch nur so eine Punktstrahlung war, ne? Ich kann mir irgendwie überhaupt nicht vorstellen, dass das jetzt stimmt, was Chachibiti sagt. Und die wirklich nur bei 800 bis 1000 Paar stehen. Ich stelle mir das irgendwie, die Sonne so hell vor irgendwie. Und das ist ja noch human, wenn du schon locker auf 600, 650 mit so LEDs kommst. Das kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Aber ja, vielleicht. Ja, wer weiß. Also, wenn ihr da irgendwie coole Videos, Infos oder so zu habt, dann immer gerne her damit. Ist ja eigentlich ganz interessant. Ist ja auch immer das große Thema, ob die Korallen jetzt in der Natur wirklich am schnellsten wachsen oder nicht, ne? Du hast das ja immer gesagt. Jörg meint ja, dass es wohl Studien gibt, die auch zeigen, dass Korallen bei so krasser Beleuchtung im Meer so hell gar nicht unbedingt am schnellsten wachsen. Aber wenn man sich dann so diese Farmen anguckt und diese Wachstumsspitzen und so, sieht schon manchmal brutal aus, ne? Ja, das stimmt, ne? Also, wenn man da so Vergleiche sieht, dann manchmal so Zeitraffer-Bilder, ne? Oder? Das sieht schon aus, als wenn die echt schnell wachsen, ne? Ja gut, aber ich sag mal, so ein Enzman oder so, der wächst ja auch. Enzman. Enzman, der Enrico. Er wächst ja auch im Aquarium sehr schnell, ne? Pff, bei mir noch nie, aber vielleicht, ich hab jetzt ja wieder einen, einen Enzman. Ja, hast du einen? Ja, ich hab jetzt wieder einen. Und jetzt, wo das Becken gut steht, also ich würd mir das gerne mal reinziehen, dass so ein Enzman schnell wächst. Ach, so ein Zentimeter im Monat geht da auf jeden Fall. Boah, das wär schon cool. Ich hab ja meine Seriatopora Calendrium, die wächst wirklich krass schnell. Dann hab ich meine Hysterix, die wächst auch krass schnell. Das hast du auch wieder falsch gesagt, ne? Hysterix? Ne. Hysterix, Hysterix. Ich meine die Calendrum, nicht Calendrum. Ja, das hab ich extra falsch gesagt. Achso, hast du extra falsch gesagt. Calendrum, ja. Genau, die, dann hab ich die Seriatopora, die Hysterix und die wächst super schnell. Und dann hab ich tatsächlich noch irgendein Agro. Weiß kann ich nicht, so blau, grün, mit lila, mit so blauen Spitzen. Die hat so blau, hellblaue Spitzen und ist, glaub ich, grün. Boah, die wächst auch super, super schnell. Mir hat auch ein richtig gutes Polypenbild. Ähm, ja. Und die anderen Agros, die wachsen nicht super schnell, aber sie wachsen. Naja, ist auch egal. Auf jeden Fall fänd ich das cool, wenn man so richtig, dass man so richtig Gas geben würde. Ich hätte, ja, also was jetzt gerade passiert, ist, ähm, ne Premiere für mich. Also wirklich schnell wachsende Agros, schnell wachsende SPS generell, hab ich noch nie gehabt. Und, äh, ja, ich bin da tatsächlich, ähm, muss es wirklich ganz klar so sagen. Und das ist wahrscheinlich auch das große Problem, das ich jetzt aussprechen werde. Ich bin aktuell vom Stand des Beckens. Nein, ich dachte das nicht. Ich dachte das nicht. Äh, okay. Dann geht alles vor die Hunde. Das ist wirklich so. Okay, dann lass ich's. Das ist genau wie, wenn man Fisch einen Namen gibt, dann sterben die alle. Puh. Okay. Darf man einfach nicht machen. Aber Nemo hat erst den Eurovision Song Contest gewonnen. Nemo? Mhm. Da hab ich noch nie was von gehalten. Nee? Nee. Wovon hältst du schon was, ne? Richtig. So. Gut. Gut. Nee? Äh, Freunde, wenn ihr noch mehr zum Thema Süßwasser wollt, dann verlinken wir euch Süßwasser-Podcasts einmal in den Show-Notes. Gibt's denn welche? Keine Ahnung. Bestimmt, es gibt von, ey, alles. Also wenn's von, also Podcasts gibt's mittlerweile wirklich von jedem Thema. Ja, aber ich glaub, nicht mal der Owner macht mehr, äh, Aquarien-Podcast, ne? Der macht auch so alles. Ehrlich doch. Nee, der macht so alles jetzt mittlerweile. Was heißt denn alles? Ja, also ich glaub nicht, dass der noch so, äh. Ja, einfach so rein-droppt. Ja, nee, also ich glaube nicht, äh. Nee, ich hab gehört, der macht so alles irgendwie mittlerweile. Ach, der macht so einen Alltagstalk. Ich hab's gerade eingegeben. Ja, aber das wirst du doch bestimmt auch aquaristisch angehaucht, oder nicht? Ja, da geh ich jetzt mal von aus. Aber das ist jetzt nicht nur Süßwasser oder so, der... Aqua-Owner. Also erstmal macht der Owner ja auch, äh, der owned ja auch mehr Wasser, ne? Ja, ja. Ja, und, also, nee, 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 so rein Süßwasser, wer macht das denn schon? Das macht ja keiner mehr heute. Unser größter Kritiker hat auch aufgegeben. Stimmt, wir hatten Sinn, das war mal sehr lustig. Ich hoffe, er, äh, holt nochmal, holt nochmal nach. Nee, der hat schon lange nichts mehr gemacht. Ich hab letztens mal geguckt. Ach, der hat, der macht gar keine Podcasts mehr? Nö, da kommt nichts mehr. Ach, schön. Wir hatten, es gab so einen Podcast, wir müssen jetzt nicht den Namen nennen, aber hat Jonas mir ab und zu geschickt, wo einer ganz, ganz doll sauer auf uns ist und alles Mögliche. Das, was wir sagen und dass dann die Aufrufe dann auch noch so irgendwie so doll sind und so, wie das denn sein kann und so. Das war die beste Stelle eigentlich, ne? Das finde ich sehr, sehr, es unterhält mich immer sehr. Also, es klingt jetzt so, als wäre ich so mega Schadenfreude oder irgendwie so, aber wie jemand, wie man so ein großes Thema im Leben eines anderen sein kann, mit dem man ja gar nichts zu tun hat und dass der sich dann, dass sich da so drüber aufgeregt wird, das ist so für mich so ein Handy beim Kopf zusammenschlagen von wegen so, oh Mann, ey, das kann auch, aber irgendwann, wenn man dann so drei Sätze weiterhört, dann ist es irgendwann schon irgendwann auch lustig, aber ich sage mal eine gemischte Tüte. Ich reg mich auch immer, ich schieße mich auch immer gerne mal auf so Personen ein, die mich aufregen. Das stimmt. Dann habe ich so meine fünf Minuten am Tag, da gebe ich dem Ganzen dann irgendwie den Raum für. Tut mir dann auch mal ganz gut, mich da so ein bisschen aufzuregen. Jörg sagt das immer zu mir. Was sagt er zu dir? Manchmal rege ich mich dann auf über irgendjemand und dann sagt die Jörg immer, ja, aber du musst ja immer jemanden haben, über den du dich aufregst. Ja, das stimmt, ja. Du schießt dich ja immer auf irgendjemand ein. Ist auch so. Ja. Kann man nicht anders sagen. Ja, ist so. Man braucht auch Feindbilder im Leben. Du bist einfach der absolute Furzeigedeutsche. Ist so. Auch wenn du es nicht willst. Ja klar, du bist ein deutscher Hutbürger. Du regst dich hier über Glasfaser auf, wie hier was verlegt, wird. Boah, jetzt noch ganz mehr. Im Alter bist du der, der am Fenster hängt und wenn irgendwer falsch parkt, dann bist du der Erste, der da irgendwie das Ordnungsamt ruft. Doch, doch, doch. Doch, doch. Ich kauf mir schon. Jonas, du bist nicht, also nicht jung, aber du bist, aber du bist noch jung genug. Dein Leben kann jetzt wirklich zwei Wege einnehmen. Entweder du verlierst dich komplett im Wutbürgertum. Ja. Oder du kriegst dein Leben irgendwie noch ins Positive gedreht. Das ist jetzt halt die große Frage. Ins Positive sogar. Ja. Dass du mehr das Positive als das Negative siehst. Also entweder du gehst voll ins Negative oder du gehst voll ins Positive. Ja, aber ich habe keine Ahnung, wie ich das hinkriegen soll. Weil es stresst mich alles so. Ja, Yoga. Yoga? Yoga. Wenn ich Zeit für Yoga hätte, du. Meditation. Autogenes Training. Wie heißt das? Nee, wahrscheinlich ist es eher so Kampfsport oder so. Leuten auf die Fresse hauen. Kickboxen oder MMA oder so. Da sehe ich dich bald. So voll tätowiert irgendwie in so einem MMA-Kampf. In so einem Käfig. In so einem Oktagon. Aber gegen wen kämpfe ich denn da? Ich darf ja überhaupt keinem mehr was zu leide tun dann. Weil das. Oder? Darf man das dann? In so einem Rahmen darf man das dann? Hä? Das ist ein Kampfsport. Wie du darfst niemandem was zu leiden? Oh, das ist hier ein Boxkampf. Aber ich kann ihn jetzt ja nicht hören. Doch, du musst das da rauslassen vielleicht auch einfach. Oder du musst dich einfach mal vor so einer Kneipe prügeln oder so. Vielleicht ist das auch eine Option. Ich weiß es nicht. Kann ich schwer einfißen. Ich habe ja noch nie jemanden geschlagen, weißt du. Ja, siehst du, aber das ist eben das Problem. Hast du schon mal jemanden geschlagen? Ja, klar. Ins Gesicht? Ja, voll in die Fresse rein. Hast du? Ja, klar, aber da muss man seinen Frust ja rauslassen. Sonst frisst man das in sich hinein und dann schimpft man die bei irgendwelcher Aquaristik. Es gibt ja so eine Hemmung, ne? Ihn mal zu schlagen. Also ins Gesicht. Dafür gibt es ja dann auch wieder Alkohol. Ja, das kann man sich ja abtrainieren. Nee, da gibt es Drogen für, die einen hemmungslos machen und wild auf Leute einprügeln lässt. Nee, ich bin nicht so der Schlägertyp, glaube ich. Ich auch nicht. Ich habe damit auch gar kein Problem. Du kannst wirklich an mir vorbeigehen, du kannst mich ganz wie alles nennen, du kannst meine Mutter beleidigen. Das ist mir wirklich komplett Wurst. Das juckt mich nicht. Weil ich merke halt so ganz klar, es geht ja eh nicht um mich oder um meine Mutter. Du hast gerade ein Problem halt. Du weißt aber, das ergibt dir überhaupt gar keinen Sinn. Das macht er nur, um mich zu provozieren. Und man kann ja nicht einfacher zurückprovozieren, indem man einfach nicht reagiert. Also, dem Affen keinen Zucker gibt halt so. Nee, ich kann so einen Kampfsport nicht machen. Ich habe so einen fiesen Nacken. Wenn du mir irgendwie eine ziehst oder so, dann habe ich direkt einen Wirbel draußen und kann meinen... Das wird nicht funktionieren, ey. Dann musst du... Gibt es nicht sowas wie Kickboxen nur ohne Boxen? Nur treten, oder? Nur treten, Tretsport. Nur kicken. Nur kicken einfach. Nee. Das ist sowas. Ja, wir brauchen Empfehlungen von euch, Leute. Was kann... Wie kann Jonas dein Frust rauslassen? Ausdauersport ist auch nicht so deins, oder? Ausdauersport? Ja. Ich habe beide Innenmeniskus durch. Ich kann auf jeden Fall nicht joggen. Fahrrad fahren kann ich. Oh Gott, du bist so am Arsch. Mein Körper ist richtig zerlegt. Ich sage dir das. Du musst auf jeden Fall aus dir rauskommen. Das ist klar. Du frisst das alles zu sehr rein. Du kommst nicht aus dir raus. Du willst dich nicht schlagen. Du willst... Du kannst das alles nicht, weil es körperlich auch nicht mehr zugelassen wird. Deswegen lässt du das alles... Verbal lässt du das irgendwie alles raus. Das muss sich ändern. Das muss in die Tat umgesetzt werden. Ein Wutaholic. Ja. Das stimmt. Gibt es von Simpsons übrigens in der Folge zu. Na klar. Solltest du dir unbedingt machen gucken. Mach ich. Dann weißt du ganz genau bei mich Bescheid. Jut. Okay. Dann haben wir das auch geklärt. Die psychologische Runde ist beendet. Du bist schon raus, ne? Oder du verabschiedest dich einfach und schließt einfach... Alex ist schon raus. Ich rede noch ein bisschen weiter. Wie? Du hörst mich nicht mehr, oder was? Doch, klar. Aber du hast ja schon chill gesagt. Ach so. Ich dachte, ich könnte jetzt hier noch meine fünf Minuten fertig machen. Ne, dann bin ich jetzt auch raus. Okay. Ciao, ciao. Ciao.